Und wenn Sie sich sicher sind, wenn Sie meinen, an der Spitze des Rahaumes, da brauchen wir einen Bürger, dann bitte ich Sie um Ihre Stimme, vielen Dank an Sie. Meine Damen und Herren, es spricht die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Herzlich Willkommen, Angela Merkel. Die Bundeskanzlerin der Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Es ist schön laut hier. Stuttgart ist eine Stadt, in der die Industrie eine wirkliche Heimat hat. Stuttgart ist die Stadt, an die man denkt, wenn man auf der Welt über das Auto spricht. Stuttgart ist die Stadt, die genau das ausgedrückt hat, was Sebastian Turner möchte. Miteinander leben, miteinander lernen. Wer in Stuttgart an einer Universität Maschinenbau oder etwas anderes studiert, wer an einem Max-Planck-Institut oder an einem anderen Forschungsinstitut hier arbeitet, und wer weiß, die ganze Welt weiß, dass in Stuttgart Spitzenleistungen vollbracht werden. In Stuttgart kann das alles nur schaffen, wenn auch morgen und übermorgen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer hier einen Arbeitsplatz haben. Das ist doch, dass die, die immer für eine Bahn bekämpft haben, für eine moderne Eisenbahn, das Team, die immer für eine gute Stadtqualität gekämpft haben, jetzt ausgerechnet dagegen sind. Wenn Sie sich einmal auf der Welt umschauen, dann ist es wichtig, wenn man Schritt halten will mit dem, was Neues auf der Welt passiert, dass man auch große Projekte bauen kann. Ob das für die Verkehrsmittel eben neue Trassen sind. Meine Damen und Herren, stellen Sie sich einmal vor, wir wären die Generation gewesen, die den elektrischen Strom erfunden hätte oder die Eisenbahn. Glauben Sie, dass unsere Kinder jemals ein Land bekommen hätten, in dem jeder zu Hause elektrischen Strom hat? Und jeder einen Bahnhof. Glauben Sie, wir würden das noch schaffen, elektrische Bahnlinien zu bauen, elektrifizierte? Meine Damen und Herren, warum bin ich heute hierher gekommen? Ich komme heute hierher. Wir können doch untersprechen, wie Sie uns Stuttgart vorstellen. Herzlichen Dank und gehen Sie nach Zürich. Wir werden zeigen, dass diese Stadt von jemand regiert wird, der die besseren Ideen hat und nicht die lauteren Killerpfeifen, meine Damen und Herren. Leck mich am Arsch! Das war's! Die Kirche Vielen Dank. Vielen Dank.